Tja, so ein Smartphone ist ja mittlerweile unser ständiger Bekleider, ne? Oder nicht nur ein Smartphone, auch andere technische Geräte, wie zum Beispiel auch mal ein Tablet-PC oder auch von mir aus ein Notebook. Aber das nützt ja alles nichts, wenn der Akku leer ist, wenn er komplett runter ist oder wenn man dann sieht, äh, noch 10 Prozent. Und ja, wenn Sie dann innerhalb von Deutschland unterwegs sind, ist es schön, vielleicht finden Sie jemanden, wo Sie fragen können, kann ich mal in der eine Steckdose? Nur wenn man dann irgendwo im Ausland unterwegs ist, wo es dann ganz andere Steckdosen gibt, da nützen dann auch unsere Aufladestecke gar nichts mehr. Und wenn ich mal von mir aus gehe, also ich habe eigentlich nie mein Aufladegerät bei mir. Warum sollte ich auch? Weil ich habe nämlich etwas, was Sie vielleicht auch haben wollen und Carsten vielleicht auch. Das ist nämlich wirklich ein absolut praktisches Gimmick, was wir hier für Sie haben. Eigentlich genauer gesagt zwei, denn Freiheit fängt ja nun mal da an, wo, ich sag mal so, die Zivilisation aufhört. Aber da sind eben keine Steckdosen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel wandern, Strandurlaub machen oder ganz einfach mal einen richtig langen Spaziergang machen, dann werden Sie merken, irgendwann, heutzutage sind die Smartphones zum Beispiel relativ schnell leer. Und schon stehen Sie da. Hm, was mache ich jetzt? Aufladen funktioniert nicht. Strom ist sozusagen Fehlanzeige. Und dann wollen Sie zum Beispiel dringend erreichbar sein. Sie wollen ein Foto machen oder Sie wollen zum Beispiel einen Film aufnehmen. Dann stehen Sie da, machen ein doofes Gesicht. Und das, das kann jetzt vorbei sein, denn wir haben für Sie sozusagen Powerbanks. Das heißt sozusagen externe Aufladegeräte, die die Steckdose ersetzen. Und das sind sozusagen mal die kleinen Helferlein, die man immer mit in der Tasche haben sollte, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist. Wer kennt es nicht? Also ich kenne es zum Beispiel, man sitzt im Zug und plötzlich ist das Telefon leer. Klar sind da Steckdosen, die funktionieren aber meistens nicht. Und dann haben wir das Malheur. Mein Zug hat Verspätung oder kommt auf einem anderen Gleis an und schon verpasst man sich. Das ist jetzt alles Geschichte, denn mit diesen extra kleinen Ladegeräten können Sie jedes, jedes USB-Gerät damit aufladen. Das ist extrem handlich und es wiegt nur 110 Gramm, was wir hier für Sie haben. So, ich versuche gerade verzweifelt mit einer Hand dieses kleine Tütchen hier aufzubekommen. Vielen Dank. Denn du hast ja gesagt, wir haben drei Adapter. Das heißt, wir haben so einen Dock-Connector, dann einen Mini-USB und einen Mikro-USB-Anschluss. Weil jedes Gerät, vielen Dank, hat ja natürlich eine andere Auflademöglichkeit. Deswegen haben wir hier vorgesorgt mit noch zwei weiteren Adaptern, also insgesamt drei Stück. Haben wir jetzt auch mal hier an unser Smartphone angeschlossen oder an unser Tablet-PC. Das ist natürlich richtig genial und das ist ein Helferlein. Das kann man einfach immer gebrauchen und ich finde es richtig super. Wir haben hier auch noch eine LED-Lampe. Wenn ich hier drauf drücke, zum Beispiel wenn ich mal unterwegs eine Karte lesen will oder irgendwas mal durchlesen will, dann ist so eine Lampe eigentlich richtig praktisch. Kann man ja immer gebrauchen. Das ist eben genau der Punkt. Nie mehr ein leerer Akku in Ihrem Smartphone, in Ihrem Navi, in Ihrer Digi-Cam, wofür Sie auch immer den Strom für unterwegs brauchen. Und das Ganze mit 4000 mAh, da können Sie öfter laden. Nicht nur einmal, sondern das gute Stück hält für länger. Und es kommt zu Ihnen unter der Bestellnummer PX15-62569 für unter 20 Euro. Da werden Sie nirgendwo eine so leistungsstarke Powerbank finden. Und jetzt kommen wir gleich zu der nächsten sozusagen Ersatzbatterie, Ersatzsteckdose. Die hat nämlich sage und schreibe 24.000 mAh. Hier steht das gute Stück. Ich zeige es Ihnen mal. Das ist unser sozusagen Ersatzakku, unsere Ersatzstromversorgung für Notebooks. Das gute Stück ist mal richtig groß. 24.000 mAh, das ist ein Akku, der hält richtig lange. Absolut, weil klar, so ein Notebook braucht natürlich auch ein bisschen mehr Saft. Das ist ja klar, so ein kleines Smartphone. Und deswegen haben wir unsere riesengroße Powerbank. Die passt natürlich auch mal an die Tasche. Die kann man immer dabei haben, gerade wenn man Geschäftsmann ist, viel unterwegs ist und das Notebook ständig benötigt und braucht. Klar, wenn man da im Internet was schaut oder eine E-Mail schreibt, verbraucht natürlich auch dementsprechend viel Akku. Und hier haben wir natürlich jetzt acht Adapter mit dabei für viele Notebook-Modelle. Denn es gibt ja nicht nur wie hier, was haben wir hier stehen, HP oder was ist. Es gibt natürlich auch noch andere Modelle. Und deswegen haben wir dann acht verschiedene Adapter, die Sie hier anstöpseln können und damit Ihren Notebook laden können. Und wir haben einfach mal mitgedacht, denn unterschiedliche Spannungen brauchen auch unterschiedliche Geräte, beziehungsweise andersrum. Und hier haben wir zum Beispiel, da sehen Sie, ist ein Anschluss fürs iPad, ganz klassisch den USB-Anschluss. Und dann haben wir natürlich noch die Adapter. Das heißt, mit diesem Gerät sind Sie perfekt aufgestellt. Auch wenn das Ding etwas größer ist als das durchschnittliche Smartphone, können Sie damit natürlich auch Ihr Smartphone laden. Und damit sind Sie einfach mal richtig gut aufgestellt. Mit 94,91, statt 179,90. Das ist mal ein Preis, da kann man nicht Nein sagen. Wenn man viel unterwegs ist und unterwegs arbeiten will, dann braucht man dieses gute Stück. PX 16 27 569 ist hier die Bestellnummer. Und die Callcenter-Nummer wissen Sie auch, das ist die 01 80 51 51 3 mal die 2. Oder Sie bestellen, apropos Notebook und apropos Tablet, im Internet unter www.poll.tv. Also viel Freude und nie wieder einen leeren Akku. Das ist doch schade. Hallo, 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 Akku leer. Viel Spaß.